Atme. Du bist besser als er. Fahr mit mir mit. Was hält dich bitte hier? Ich danke dir, aber nein. Ich liebe dich, Bruder. Ich dich auch, du Honk. Hallo, Mamuschka. Mama, was ist los? Victor ist tot. Säufst du wieder? Weggelaufen. Tomic, vergiss nicht, dass hier dein Zuhause ist. Ein paar Firmen und Läden in der Gegend schließen. Sie verkaufen? Die, die es noch gibt, haben offensichtlich vor etwas Angst. Um die natürliche Schönheit eines Strauches zur Geltung zu weinen, schneidet man die Teile ab, die sein Wachstum hält. Dein Freund will nicht verkaufen. Rede doch erstmal mit ihm. Danach können wir immer noch Taten den Worten folgen lassen. Hilfst du mir herauszufinden, ob mein Bruder ermordet wurde? Du kannst dich auf mich verlassen. Du bist nicht allein. Hauvel, wir kommen vielleicht nicht wieder. Wir begleiten dich. Ihr seid hergekommen, den Club auseinanderzunehmen, verstehe ich. Aber es lohnt sich nicht. Ist doch gar nichts Persönliches. Aber das hier wird es sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020